Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Heute spielen wir mal Get Big Simulator und ich habe gehört, man soll in diesem Simulator am Ende die ganze Welt essen können und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit dem Video an. Also, wir sind aktuell 16 Mikrogramm und wir sind hier gerade in einer Schale und werden hier mit einem Mikroskop beobachtet. Wie ihr da oben schwer erkennen könnt hier. Und wir sind hier gerade, glaube ich, das soll so sein, dass wir hier gerade in so einer Schale sind und wir müssen zwei Millimeter groß sein, um hier aus dieser Schale zu entkommen und ja, dann fangen wir direkt an. Also, es gibt hier Gegner, die man attackieren kann. Das ist auf jeden Fall auch sehr interessant, ne Leute? Aber ich verstehe diesen Sinn, die du spielst doch nicht so richtig oder was man hier genau machen kann. Ich meine, es ist sehr cool, man kann größer werden und ja. Ey, wir sind aktuell jetzt endlich mal 50 Mikrogramm. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Hä? Wo zeigt der Pfeil hin? Ich kann deswegen den Pfeilzeug nicht sehen. Äh. Also, Gems haben wir noch nicht, aber wir können die Kiste öffnen. Das bekommen wir. Der kleinerer. 40% Größenbonus. Nice. Ausrüsten. Gut. Ähm. Ja, hier gibt's auch andere Gegner. Was ist das hier? Ich glaub, man kann hier auch bestimmte Schleims finden, ne? Das ist Rasen. Oha, wie cool. Hä, was hab ich denn um mich drum? Okay. Sorry, Leute. Ich bin etwas krank. Äh. Ah, hier. Ja, man kann hier Schleime finden. In jeder Dimension. Aber wo? Oh! Atomschleim. Da haben wir schon einen. Ähm. Also, ich bin euch ganz ehrlich, Leute. Ich hab über diesen Simulator schon ein Video gesehen. Und weiß ungefähr, wo vielleicht ein paar kleine Schleibs sind. Kann ich die Gegner schon angreifen, ne? Ja, safe. Wow! Was? Wurde getötet? Hä? Wie? Okay. Ich blick hier noch nicht so ganz durch, Leute. Okay, wir haben einen Schleim. Ähm. Uns fehlen noch, äh, ein paar. Oh Gott. Kann er mich angreifen? Ah, ne. Wer greift mich denn? Ah, hier ist ein Schleim. Grüner. Schleim. Okay. Ähm. Ich glaub, das Jump and Run müssen wir machen, ne? Sobald ich's in Erinnerung habe. Mann! Äh, was wollte ich hier von dir? Wir sind doch nicht groß genug für das Jump and Run. Ja, da oben ist ein Slime. Ah, oder? Ja. Ey! Was wollen die hier alle von mir? Okay, dann muss, dann bleib's halt bei den kleinen Schleim hier. Ähm. Aber hä, das kann doch nicht sein. Wir haben erst zwei Schleims in der Dimension. Zwei Milligramm benötigt. Ja, zwei Milligramm, dann kann man glaub auch hier aus dieser Schale raus. Äh. So, so wie ich's auch in der Erinnerung habe. Hier hinter ist Safe & Schleim. Jaaa. Boah. Virusschleim. Okay, wir müssen weiter gegen die Fight, ne? Nice. Hey, die Attacke ist so gut. Diese Sprungattacke, wir sind jetzt schon 230 Mikrogramm. Oh Gott, bei denen soll ich mich fernhalten. Können wir jetzt das Jump and Run machen? Ist ja besser, wenn wir Shift Lock machen. Junge! Oha! Wie schnell! Ja, wir sind groß genug. Let's go! Ah! Leute! Scheiße, was ist das? Oh nein! Schnell hier hoch! Schnell! Warum komm ich hier nicht hoch? Wir sind schon so groß! Hier warte, ich muss Flyhacks machen. Die anderen hier. Nein, 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 nein! Ach der, komm! Ich bin ja auch wirklich viel zu klein. Ah, ich check nicht! Ah! Da oben ist das Schleim. Guck, seht ihr den hier? Seht ihr da? Wie kommt man da? Ach, a Jump and Run. Ja, war klar. Hier muss es noch einen anderen geben. Also, wie viele fehlen wir noch? Noch drei? Hä? Als ob. Hier hinten ist noch einer. Ich hab gesehen, irgendwo da, irgendwo hinten war noch einer. Es, äh, wir können in der Folge wahrscheinlich noch nichts durch, also wir, wir können in der Folge das Game wahrscheinlich noch nicht durchspielen. Deswegen mach ich auch mehrere Folgen. Würde ich sagen. Ähm, können wir jetzt schon mal zu den größeren Gegnern hier? Ja, locker, locker, locker. Ob mir hier wirklich so viel mehr kriegt, weiß ich nicht. Äh, ja. Ey, der klaut alles! Hä? 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 Hä, wie stark sind die bitte? Okay, aber die geben glaub auch schon echt ordentlich was. Oh, wir haben 300 Coins. Wir sollten uns mal was kaufen. So, was können wir uns... Ah, stopp mal! So, was könnten wir uns kaufen? Wir könnten uns noch mehr Kisten kaufen. Okay, mehr Schadene. Da ist der Slice. Okay, gut. Ja, wir haben... Ach, das sind Attacken! Ach so! Oh! Brrrr! Ich bin so lost! Oh mein Gott! Hä? Wie stark ist das denn? Äh, oha, wie krass! Jetzt sind wir einfach schon übelst OP, Leute! Nice! Was ist das? Also, wir sind, falls... Äh, wir sind einfach immer noch... Wir sind in dieser kleinen Schale. Wir werden hier mit Mikroskoben beobachtet. Wir sind wie ein kleiner... Ein... Ein... Wir sind nicht mal... Ihr müsst euch vorstellen. Wir sind nicht mal ein Millimeter. Äh, ein Milligramm... Äh, direkt was labere ich. Ein Milligramm groß. Nicht mal ein Milligramm. Wir sind einfach unter Milligramm, Mikrogramm, ne? Das sieht in dem Game so groß aus, aber wir sind so witzig. Boah, ich trau mich jetzt schon an den größeren Gegner. Ja, schaffen wir locker. Guck mal, wir sind ein Milligramm, Leute! Nice! Mit einem Milligramm sollten wir dieses Jump'n'Run jetzt schaffen. Ja! Wir haben noch einen Schleim. Und noch einen Schleim. Nice! Uns fehlt noch... Ein einziger Schleim. Ich glaub, der ist hier hinten irgendwo. Ah, ja! Guckt, Leute, da haben wir den Letzten. Unsere Sammlung ist vollständig. Nice! Und was kann ich jetzt nochmal mit diesen Gems machen? Ähm... Seltene Truhe. Also soll ich auf ne Truhe sparen? Oder soll ich, ähm, mir die hier kaufen? Ich? Ja, komm. Ich kauf mir einen. Ah, der nächste ist eh viel teurer. Okay, dann, äh, würde ich nochmal sagen... Machen wir nochmal die Kiste auf. Was ziehen wir? Schießen. Okay, ist auch nice. Ich glaub, das ist ne neue Attacke, Leute. Ausrüsten. Ja! Jetzt können wir auch noch schießen auf E. Oder? Ist es auf E? Ja. Äh, auf E. Wir haben jetzt so viele Attacken. Wir machen so viel Schaden einfach jetzt schon. Oh mein Gott. Zwei, äh, zwei Milligramm. Easy. Boah! Ha! Das Spiel sind wir groß, aber in echt sind wir klein. Okay. So. Nice, nice, nice. Gleich zwei Milligramm. Boah, wir machen aber auch massiv Damage jetzt, ne? Nice. Ja, dieser Simulator ist irgendwie so komisch. Okay. Let's go zum Boss! Ähm. Okay, Leute. Sorry. Äh. Das, äh, ja. Das ist ja auch gerade ein kleines technisches Problem. Okay, wir fighten jetzt einmal gegen den Boss. Und, ja. Weiß nicht. Äh, das Video hat gerade einfach beendet. Deswegen. Sorry. Das könnte sein. Und! Wir entkommen aus dem kleinen Ding hier. Guck mal, Leute. Hier waren wir gerade. Hier drin in dieser Schale waren wir gerade. Jetzt sind wir einfach auf dem Regal. Ja, was kommt als nächstes? Okay. Und wir gehen mal runter hier jetzt. Was gibt's hier? Für 750 kaufen wir. Kritische Treffer 2, oha. Okay, ich glaub, das ist gut, ne? Mehr Schaden. Mehr Gesundheit. Schieße. Boah. Boah. Uh. Für was ersetzen wir das? Ähm. Ähm. Äh. Äh. Ja, komm. Gesundheit braucht wir nicht. Ja, also Leute. Sorry. Äh. Es könnte sein, dass hier jetzt gerade der Part 2 im Video ist. Weil, äh. Der andere sich beendet hat. Einfach so. Keine Ahnung warum. Boah. Boah, ja. Hier wird man ja viel größer. Holy shit. Wir sind jetzt schon einfach 4 Milligramm groß. 5 Milligramm. Let's go. Leute. Irgendwann mal werden wir so groß sein wie das ganze Universum. Von Mikrogramm zu, äh. Keine Ahnung. Zu. Oh man. Ich bin gestorben. Schade. Leute. Da. Da drin waren wir davor. Hier waren wir davor drin. Ja. Das ist so krass. Okay. Let's go. Ja. Das ist schon krass. Äh. Yo. Wir sind aber jetzt schon stärker. Ich glaube das nächste was ich weg mache ist glaube ich meine Schießattacke. Boah. Die macht One Hits. Hä. Als ob die schon so stark sind. Wir sind jetzt 19 Milligramm. Äh. Milligramm. Ey 20. Sorry. Wir sind jetzt hier aktuell auf dem Schrank. Gibt's hier größere. Oh ja. Gibt's. Einen Gramm brauchen wir dafür schon. Krass. Oh wir haben einen Schleim. Stimmt. Hier gibt's hier auch neue Schleime. Hör. Wie viele. Oha. Oh Gott. Leute. Hier gibt's ein paar viele. Ah. Ich seh doch. Hier ist einer. Sind wir groß genug dafür? Nein. Sind wir nicht. Schade. Wir sind auch zu klein. Hier hinten sind aber. Hier hinten muss ein Schleim sein. Ja. Bubiband Schleim. Junge. Ich hab erst zwei Schleime. Wie viele gibt's hier? Es gibt acht Schleime. 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 Wie sagt man Schleime? Keine Ahnung. Ah. Die sind nach Seltenheit hier. Okay. Krass. Äh. Hier ist doch noch bestimmt ein Schleim. Aber wir sind auch viel zu klein. Maniere. Ah. Das ist noch ein Schleim. Das hab ich noch von einem Video in Erinnerung. Aber da sind wir auch noch zu klein für. Okay. Okay. Ich würde aber sagen, wir wagen uns schon an die anderen. An die stärkeren Gegner. Mit 20 Milligramm. Sind wir schon groß genug. Let's go. Bye. Ja. Ich wusste es. Ja. Oha. Wie viel kriegen wir denn? Oha. Ja. Dieser Schuss ist übelst stark. Oh Gott. Wir sterben. Oh nein. Wir sind tot. Egal. 36 Milligramm. Wir sind echt groß. Äh. Was? Ähm. Oh mein Gott. Wir können uns doch Kisten kaufen. Voll vergessen. Oh sorry. Wollte ich nicht angreifen. Ah. Leute. Oh mein Gott. Äh. Was kriegen wir? Schneiden. Krass. Okay. Was kriegen wir? Mehr Gesundheit. Drei. Boah. Weiß ich jetzt nicht. Gesundheit lohnt sich. Oh. Ja. Ich weiß nicht. Ob sich Gesundheit so lohnt. Also. Ähm. Schießen machen wir raus. Und machen das hier rein. Ähm. Boah. Gesundheit ist eigentlich ehrlich schon krass. Ich. Die Attacke. Die finde ich halt geil. Die macht Flächenschaben. Machen wir Gesundheit? Na. Schaden um 30%. Das ist schon echt stark. Boah. Ich brauche ein neues Fach. Leute. Ja. Ich würde es tatsächlich so lassen. Ich weiß nicht. Leute. Äh. Kommen wir jetzt langsam schon hier ran? Nein. Wir sind immer noch zu klein. Wir gucken mal bei 100 Milligramm. Wir gucken mal bei einem Gramm. und vielleicht kommen wir dann hoch. Das war nochmal die eine Attacke. Mal kurz was gucken. Alles mal schneiden. Oha. Die ist ja auch übelst stark. Lol. Ah. Ja. 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 Die ist auch geil. Die macht auch Flächenschaben. Nice. 80 Milligramm. Von 2 Milligramm auf 80. Lass gleich mal gucken wie groß die Schale ist vom Abfahren. Wird bestimmt riesig sein dann. Ja. Wir sind gleich. Wir sind gleich ein Gramm glaube ich. Ja. Wir sind gleich ein Gramm. Nice. Hä? Achso. Oh mein Gott bin ich los. Leute. Wir sind einfach fast so groß wie die Schale. Wie unser Spawn. Der Isolator ist krank. Entkomme dem Regal. Ein Gramm. Ich glaube wir können sogar schon an größere Gegner ne. Ja. Die hier ist safe. Oder. Wenn wir uns anstrengen. Braucht halt etwas. Oh ne. Ich glaube die sind tatsächlich noch ein bisschen zu stark. Oder. Ja. Ja doch. Die sind für dich noch ein bisschen zu stark. Okay warte. Wir gucken mal Leute. Vielleicht kommen wir jetzt endlich da hoch. Für den nächsten Schleim. Ey das kann doch nicht sein Leute. Dass wir so klein sind. Hä? Das kann doch nicht sein. Warte mal. Warte mal. Oh mein Gott. Ich bin so schlau. Let's go. Ich bin so schlau. Let's go. Let's go. Let's go. Wir machen die jetzt easy. One Hits auch. Nein. Ich bin so schlau. 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 auch schlau. Ich bin so schlau. Das kann doch nicht sein Leute. Uns fehlen vier in dieser Dimension. Hier sind weit und breit gar keine mehr. Hä. Hä. Und man kommt ja auch nicht weiter oder so. Okay. Komisch. Das kann doch nicht sein. Hä? Fehl uns. Ach so. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Nice. Uns fehlen drei Schleime. Ach, hier geht's weiter? Hä? Geht's hier nicht weiter? Äh. Ja. Es fehlen zwei Schleime. Oh, hier ist Jump'n'Run. Ach, da oben ist noch ein Schleim. Da sind noch zwei Schleime. Ja. Ich seh sie. Warte mal. Hä? Wie soll man da dran kommen, Leute? Okay, Leute. Aber ich würde dir jetzt auch sagen, das war's jetzt für die Folge. Die nächste Folge werden wir dann... Äh, werde ich wahrscheinlich heute da noch machen, aber etwas später. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und viel Spaß in der nächsten Folge. Ciao, Leute.